Hallo, mein Name ist Manuel Simon und ich bin Trainer und Berater bei IBO. Meine große Leidenschaft ist Yoga, am liebsten in der Natur. Dabei kann ich so richtig abschalten und neue Energie tanken. Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann sowie Studium und Promotion in VWL arbeitete ich zuletzt als Leiter Prozess- und Projektmanagement in einer mittelgroßen Bank. Im Oktober 2011 kam ich als Trainer und Berater zu IBO. Aufgrund meiner Vita sind meine Themenschwerpunkte daher Prozess- und Projektmanagement, aber auch die Businessanalyse. Für mich steht bei aller Organisation immer der Mensch im Mittelpunkt des Handelns. Mein Ziel ist es, Sie durch mein Wissen und meine Erfahrungen in Ihrem Berufsalltag zu begleiten. Damit Sie Ihre Projekte effizient und erfolgversprechend durchführen können. In unseren Seminaren lernen Sie sowohl bewährte als auch innovative Methoden und Techniken kennen. Und haben die Gelegenheit, sich mit mir, aber auch mit den anderen Teilnehmern aktiv auszutauschen. Gemeinsam erleben wir abwechslungsreiche Seminartage, bei denen auch die ein oder andere Anekdote nicht fehlen darf. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich, Sie haben schon wieder gemacht. Ich freue mich, Sie haben schon wieder in der Anrechung. Vielen Dank.